Der FCB hat einen neuen Trainer und es ist an der Zeit, ihn ein bisschen näher zu kennen zu lernen. Obwohl, man kennt ihn natürlich schon lange. Er ist einer der schillerndsten im Schweizer Fussball als Spieler und jetzt ist er als Trainer bei uns. Hallo zum FCB-Talk und hallo hier bei uns und herzlich willkommen in Basel, Ciriakos Forza. Danke vielmals. Tag Nummer 4 beim FCB. Wie bist du angekommen? Was hast du vorgefunden, als du hierhin kamst? Ja, viele positive Leute. Leute, die wollen. Leute, die zusammen ein Ziel haben, in den nächsten Jahren mit dem FCB erfolgreich zu sein. Das ist ganz klar, denn der FCB gehört oben hin. Aber auch Chancen geben in den jungen, talentierten beim FCB sich weiterentwickeln, Erfolg haben, Fussstapfen. Ja und das passt. Ich finde die Energie ist sehr gut. Jetzt gibt es ja nichts wegzudiskutieren, dass der FCB im Moment sich im Turbulenzen befindet. Wie hast du das wahrgenommen? Und was hat dich dazu bewogen, zum FCB zu sagen und zu sagen, ich komme hierhin? Also ich finde die Turbulenten intern sind keine Turbulenten. Die Turbulenten kommen von aussen. Aber intern habe ich eine Mannschaft gefunden, einen Verein aufgefunden, der glaubt, der ruhig ist, der klar ist. Und wir dürfen nicht vergessen. Viertelfinale Euroleague. Klar, du hast das Endspiel im Köpft verloren. Da ist mir immer die Ruhe enttäuscht. Aber du bist im Endspiel gekommen. Und bist gleich, auch wenn die Turbulenten von aussen kommen, bist du gestritten worden. Also heisst, alles Schlechte war hier nicht. Man kann auch turbulente und negative Stimmung von aussen bringen. Aber intern habe ich einen sehr positiven, ruhigen Verein gefunden. Was hast du für Spieler antroffen? Da musst du sie sicher zuerst auch ein bisschen aufbauen, nach dem verlorenen Köpft-Final. Aber dann ging es natürlich darum, vorwärts zu schauen. Was ist zum Beispiel das erste Wort der Mannschaft gesagt hast? Mutig. Mit Emotionen. Mit Freude. Mit Herz. Und Leidenschaft für alles für den FCB zu geben. Auch in Zukunft. Und dann sind wir stark. Weil die Mannschaft ist stark. Ich will mich nicht mehr wiederholen. Sie hat die Qualität schon bewiesen. Aber wir müssen es wirklich anpacken und jeder hilft dem anderen. Aber da gehören alle. Da gehören alle zusammen. Unsere tolle Muttenzerkurve. Wir als Spieler. Vereinsseiten. Also wir sind das Zeichen. Wir müssen es vorleben. Und die anderen ziehen mit. Die Einheit ist für dich etwas Wichtiges. Das hat man anhand des Beispiels sehr schön gesehen. Dass ihr zusammen mit dem Veloanerfahren auf den Trainingsplatz und wieder zurück. Gibt es hier noch weitere Sachen? Weitere Beispiele? Ja. In dem Sinne. Man kann nicht alleine gewinnen. Also braucht man alle. Man verliert auch nicht alleine. Klar ist man. Ich nehme nur ein Beispiel. die Enttäuschung vom Goal in den 90ern, wo das passiert ist. Wenn man nicht mehr... Ist vergessen. Aber der arme Junge, der kann da nichts dafür. Also das heisst, wir müssen ihn wieder ins Boot reinnehmen. Da braucht es wieder alle als Team, wieder alle als Verein. Und den ganzen FCB-Leuten, die mit Herzen da sind. Das ist für mich der Hauptkern. Wir müssen zusammen vorwärts gehen. Und es gibt immer Wellen. Und diese Wellen müssen wir auch zusammen durch. Und wenn wir das schaffen, und wir werden es schaffen, dann sind wir stark. Du hast den Job und die Aufgabe auch ganz bewusst, Ciri, die positive Energie, reinzubringen. Vor allem auch mit jungen Spielern. Mit jungen Spielern zu arbeiten. Das passt vielleicht insofern auch, weil du als junger Spieler sehr schnell, sehr früh gut warst. Wer war dort der, der du vielleicht etwas mitnimmst, auch jetzt im Umgang mit den Jungen, die dich gefördert hat und gewusst hat, wie man mit jungen Spielern umgeht? Mein Vorteil war wirklich, dass ich mit 13 schon in der Zweitliga spielen durfte. Mit 16 bin ich Fussballprofi geworden. Mit 13? Zweitliga? Ja, ja, ja. Bei 13 war ich in der Zweitliga. Dort war der 2. Zahn Chevinas Trainer. Ein grosser Spieler. Ist auch da gross geworden in Nordstrom mit seinem Zwillingsbrüdern und alles. Und das hat mir wirklich auch viel mitgegeben. Mit Erwachsenen schon zu spielen, im jungen Alter. Und ich sehe da viel. Ich bin jetzt 10 Jahre schon in der Schweiz. Ich durfte in der Super League und in der Challenge League trainieren. Und ich habe viele junge, herausgebrachtalentierte. Aber ich kann sie verstehen. Die Körpersprache, die Sprache der Jungen, wie sie Fussball spielen wollen. Ich habe das selbst auch erlebt. Und dann sage ich, die Körpersprache sagt schon viel. Von den Jungen. Und dort muss man sie begleiten. Dort muss man sie menschlich begleiten. Die Emotionen rein tun. Das taktisch, technisch gehört dann von meiner Arbeit. Aber ich glaube, das Wichtigste ist bei den Talenten. Mönchlich. Das Vertrauen geben. Die Geduld geben. Sie dürfen Erfahrungen sammeln. Ich sage nicht nur Fehler, sondern Erfahrungen sammeln. Weil sie spüren das. Und dann kommt etwas Gutes. Also das heisst, du bist eher kommunikative und konstruktive Trainer, der auch mit den Spielern redet. Ja, sehr. Weil sie brauchen das. Du hast ja vorher etwas Wichtiges gesagt. Wir wollen Top-Talente, junge. Also muss man mit ihnen reden. Sie sind noch nicht so weit wie ein Top-Topspieler. Also was braucht es? Man muss reden mit ihnen. Man muss sie verstehen. Man muss sie abholen. Aber sie dürfen sich mutig bewegen. Okay. Reden wir vielleicht kurz auch noch über deine schillernde Karriere als Spieler. Du hast ja praktisch alles gewonnen, was man in der Schweiz und Deutschland inklusive internationaler Ebene kann gewinnen. Du hast grosse Trainer gehabt. Ottmar Hitzfeld, Otto Rehhagel, Roy Hodgson, sogar Franz Beckenbauer. Was hast du von denen mitgenommen? Ja, ich glaube, wenn du gerade die Namen genannt hast, Otto Rehhagel ist sehr menschlich. Ottmar Hitzfeld ist sehr diszipliniert und Wiener-Mentalität. Franz ist wieder lustig. Ja, aber von diesen Sachen musst du alles mitnehmen. Und das hat mir für mich auch gute Sachen, die ich für mich gelehrt habe. Die auch Zeit gebraucht hat, auch bei mir. Du kannst nicht sofort perfekt sein. Du musst auch manchmal, wenn ich sage, auf die Schnorre kähen. Das musste ich auch lernen. Und das habe ich gemacht. Aber das Wichtigste war, ich bleibe bei mir. Ich bin mir selber. Und jetzt weiss ich, was ich will. Und ich weiss, was das Ziel ist. Und dann weiss ich auch, was ich brauche. Und von all diesen Leuten habe ich daraus gelernt, selber für mich ein bisschen bearbeitet. Und jetzt greife ich nach vorne an. Die intensivste Seite hast du bei zwei Vereinen gehabt, wo du immer wieder zurückgekommen bist. Zu GZ bist du zwar auch mal zurückgekommen, aber Kaiserslautern und Bayern München. Was hat dazu geführt, dass am Schluss der Weg immer wieder bei diesen Vereinen gelandet ist? Ich habe vorhin etwas gesagt. Ich bin ein Mensch, der sehr kommunikativ ist. Ich bin ein Mensch, der sehr familiär und mit Herzen dabei ist. Also das heisst Emotionen. Ich durfte zweimal bei einem der grössten Vereine auf der Welt spielen. Bayern München. Ich habe dort alles gereinigt, was man gewinnen kann. Aber auch Kaiserslautern. Ich glaube, was ich in Kaiserslautern erlebt habe, von den Emotionen, das kann ich auch hier vergleichen. Ich spüre es auch hier. Es wird Fussball gelebt. Wir wollen Fussball, wir wollen erfolgreich sein. Und das passt zu mir. Mit Kaiserslautern bist du ja Deutscher Meister geworden, wo Kaiserslautern gerade aufgestiegen ist. Also als Aufsteigermeister. Das wäre wie, wenn ich die nächste Saison von Trutz Meister werden würde. Ja, es ist etwas Grossartiges. Ich glaube, das passiert nicht mehr auf dieser Welt. Und ich sage immer wieder, diesen Meistertitel vergleiche ich mit meiner Weltpokalsieger, Champions League, UEFA und alles, was ich gewonnen habe. Aber mit diesem Verein, mit dieser Mannschaft, vom ersten bis zum 36. Spieltag, das war schon eine grossartige Leistung. Da bin ich stolz. Das kann ich mir sehr wohl vorstellen. Jetzt befindet sich das Stadion hinter uns schon fast ein bisschen im Nazi-Gewand, weil am Sonntag ist ein Länderspiel gegen Deutschland. Vielleicht ganz kurz deine schillerndsten Erinnerungen mit deinen 79 Länderspielen mit der Schweizer Nationalmannschaft. Ich glaube, wenn wir immer über die Nationalmannschaft reden, dann kommt immer das Gleiche. Die WM 94 gegen die Rumänen. Da haben wir ein grossartiges Spiel gemacht. Das ist eines der besten Spiele, die wir an diesem Turnier gesehen haben. Und das bleibt. Du kannst mit jedem reden. Die zweite Ding kommt immer. Ich bin stolz, dass wir dabei sind. Ich bin stolz, dass es eine grossartige Leistung von der ganzen Mannschaft war. Und auch die Emotionen der Leute, von den Fans. Wir haben mitgefiebert. Wir waren nicht mehr an der WM dabei. Wir haben doch ein Nachteils-Finale geschafft, das eine grossartige Leistung war. Absolut. Es war eine schöne Zeit. Ich erinnere mich selber auch gerne zurück. Und jetzt fängt ein neues Zeitfenster an. Was hast du für konkrete Visionen mit dem FCB? Ich meine, das Zielmeister wurde herausgegeben, aber das ist wahrscheinlich nicht ganz so einfach. Ja, ich glaube, das Zielmeister hat der Herr Präsident nicht provokativ oder in einer Druckphase gemeint, sondern es ist auch richtig, dass der Herr Präsident, der Trainer, die Mannschaft beim FCB du gewinnen willst. Das ist doch ganz normal. Aber das Ziel, das ich Ihnen auch gesagt habe, man muss wollen, jedes Spiel, das wir gewinnen wollen wollen. Und das Ziel ist, dass man mit dieser Mannschaft vorne dabei spielt. Das heisst für mich, wenn ich jedes Spiel gewinnen möchte, heisst das, was heisst das zuletzt? Ja, dass du dich fokussieren musst. Also, und das ist das, was ich Ihnen mitgeben will. Ja, weil der Verein, die Zuschauer, die Infrastruktur, das ist grossartig. Es kann doch nicht sein, dass wir das Ziel haben, wir wollen nur 7. werden. Es würde nicht passen. Es würde nicht passen. Aber wir haben Top-Talente, die wir weiterentwickeln wollen. Das finde ich top. Das finde ich sehr toll. Weil andere Länder, alle grossartige Vereine machen das auch. Die braucht es auch Zeit. Aber für mich heisst Zeit nicht, wir wollen verlieren, sondern in dieser Zeit entwickeln. Aber in dieser Zeit wollen wir auch gewinnen. Und dann schauen wir, was passiert. Vielleicht noch ein Wort zum Kader. Was muss noch passieren, aus der Sicht vom neuen Trainer? Ja gut, was muss passieren? Ich durfte mir jetzt die ersten Tage, ich durfte in einer Woche trainieren mit diesen Spielern. Ich habe sie auch analysiert, menschlich, sportlich. Klar fehlen noch Spieler, die in der Nation unterwegs sind. Aber ich finde, ich habe sehr gute Eindrücke von der Mannschaft. Dass man vielleicht gewisse Korrekturen machen will, aber für eine langfristige, das sind wir am diskutieren. Ja. Giri, der Einstand ist dir gelungen. Jetzt geht es darum, die ersten Pflichtspiele dann auch noch erfolgreich zu gestalten. Das geht schneller als man denkt. Heute in zwei Wochen stehen wir schon zwischen den ersten beiden Matchen gegen Ossiek in der Europa League Quali und das erste Heimspiel gegen Vaduz. Was ist der konkrete Fokus jetzt? Ist es spielerisch sicher, aber vor allem auch so etwas mental noch? Ja, du hast es richtig gesagt, der Fokus ist an beiden Situationen. Spielerisch, taktisch, aber auch mental. Man darf nicht vergessen, die Mannschaft hat bis zum letzten Sonntag noch oder ja, Goethe-Finale gehabt, wenige Ferien. Das Abfahren ist nicht so selbstverständlich. Die ganzen Umfelde, wo unruhig war, die Presse, und das sind viele junge Spieler. Jetzt kommt ein neuer Trainer, macht neue spielerische, neue taktische Hinweise. Also es ist Mentalfokus, es ist taktisch, spielerisch. Man muss sehr vorsichtig sein. Also gut, es gibt einiges zu tun. Du hast es schon angepackt und packst es weiter runter. Ich wünsche dir viel Erfolg in der Arbeit. Und dann natürlich, wenn es ernst gilt, gestern in zwei Wochen in Osijek und dann am Sonntag beim ersten Heimspiel der neuen Saison gegen Faduzer. Und ganz besonders freuen wir uns auf den 4. Oktober, wenn das Stadion wieder mit über 20'000 Zuschauern gefüllt ist im Heimspiel gegen den FC Luzern. Wir freuen uns. Bis dann allerseits eine gute Zeit. auf den 1. 2. 1. 2. 5.